Ja, hallo, herzlich willkommen im Pschor. Anlässlich des Weltkrebstags am 4. Februar machen wir hier vorher eine Woche lang Testcenter für Registrierung zur Knochenmarkspende. Für Menschen, die an Leukämie erkrankt sind, ist es wichtig, dass es einen Spender gibt. Und das ist ganz, ganz einfach. Ein Wattestäbchen oder drei Wattestäbchen nacheinander werden im Mund gedreht, kommen in ein Kuvert und man registriert sich vorher oder mit einem QR-Code, mit dem Handy, für diese drei Stäbchen. Und das wird eingesendet. Und wenn ein Match passiert, dann meldet sich die DKMS bei einem und sagt dann eben, können wir dein Blut ein bisschen näher anschauen. Vielleicht kannst du hier tatsächlich ein Leben retten.